Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Quaco in Turmsanktal an dieser Position. Ich bin von diesem Flugpunkt gestartet und bin dann hier über diesen Fluss gelaufen. Ich glaube an der Stelle war es. Und hier hoch. Hier sieht man es. Diesen Weg hoch und dann hier über den Fluss. Weiter. Dann über diese Brücke hier. Und hier seht ihr von wo ich starte jetzt in diesem Video. Weltquest ist gestartet. Quaco ist an dieser Position. Mache hier auch nochmal die Map auf. Wie ihr seht, das Weltquest Symbol stimmt bei mir. Bin hier in der Beta. Hab ein Item Level von 343. Sollte also diesen Weltquest Mob alleine schaffen. Zumindest wenn er auf dieser Seltenheitsstufe ist. Wenn es eine Elite Weltquest ist, wo das Symbol so in einem Drachen liegt, dann würde ich es vermutlich nicht schaffen. Dann ist es ja auch eine Gruppen Weltquest. Das war es auch schon. Mob ist erledigt. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Video hat euch geholfen. Tschau.